willkommen zu einem video heute geht es darum wie wir aus unserem hebel ein klein wenig kohle rausziehen um zusätzlich noch cash flow zu generieren nun herzlich willkommen zu einem neuen video heute schauen wir uns einmal an wie wir ja solide hebelpositionen aufbauen wie schon seit monaten predige in anführungszeichen und auch die strategiegruppe sehr erfolgreich umsetzt jetzt geht es darum wir haben jetzt hat eine sehr gute upside gesehen und wir sind tendenziell alle im profit und wir haben sehr viel luft dahingehend habe ich mich mit dem kevin und anderen aus der strategiegruppen ein wenig ausgetauscht wäre natürlich jetzt eine gute zeit um eventuell cash flow zu generieren speziell auf seine schulden was man hat wir gehen jetzt mal direkt rein in den screen share und aber auch mal zeigen was ich damit meine und zwar wir gehen mal rein ich habe eine kleine präsentation für euch vorbereitet wir schauen uns das ganze jetzt einmal an hier unsere hebelposition wir haben 50 äther wir haben schulden aufgenommen um diese 50 äther zu erreichen das heißt wir haben einen volt der was gehebelt ist genauso wie ich auch bin im moment in der größte position ist ethereum das heißt ethereum gehebelt in einem volt in liquidy im endeffekt ist es so mein liquidationspreis ist genauso wie hier beschrieben circa 720 720 ist jetzt nicht mehr ganz konservativ aber speziell wenn man ja eigentlich die ganze zeit wie auch am computer ist und dann die charts und weiß was so abgeht und auch auf krasse events recht schnell reagieren kann dann ist das eher super vorsichtig man könnte natürlich den liquidationspreis wesentlich höher setzen allerdings nicht mit einem hebel das heißt jetzt hat nur mal den hebel nachdrehen dass man aber keine Ahnung auf 1000 ist und dann eventuell den verlust zurückzahlen muss nein von dem rede nicht sondern man nutzt einfach das gehebelte kapital das was man hat okay hier hat man zwei möglichkeiten das heißt möglichkeit nummer eins wir könnten uns aus dem kollateral aus der kollateral seite die was wir gehebelt haben derweil einmal was rausnehmen um dieses zusatzkapital zu verwenden um cashflow zu generieren oder die andere möglichkeit wäre natürlich mehr schulden aufzunehmen auf unsere gehebelte position was ebenfalls unseren liquidationspreis natürlich in die höhe treiben würde das heißt in diesem fall bei der schuldenseite würden wir mehr schulden aufnehmen und rausnehmen und bei der kollateral seite würden wir einfach sicherheiten entfernen und die schulden bleiben gleich und folgedessen steigt eben auch der liquidationspreis das heißt diese zwei möglichkeiten haben wir um mit dem kapital was wir hier haben egal ob es jetzt schulden sind oder kollateral arbeiten zu können diese zwei möglichkeiten haben wir jetzt gehen wir mal auf dieses auf dieses auf das beispiel ein wie das jetzt gemacht haben folgendermaßen ich werde sagen auch kann zeigen also ich werde nicht meinen mainwalt sagen hier sondern ich werde die dcf plattform zeigen wo ich eben jetzt auch cashflow generiere mit diesem zusatzkapital so beispiel folgendermaßen wir haben 50 äther als kollateral in unseren hauptwahl schulden und der liquidationspreis ist bei 720 so ja wir wollen ein bisschen cashflow generieren und entscheiden uns jetzt ein klein wenig kollateral herauszunehmen um es woanders als kollateral als sicherheit zu hinterlegen wir entziehen unserem kaut unserer kollateral seite 20 äther haben jetzt noch 30 äther und haben wir gehen auf ein liquidationspreis ungefähr von 1000 dollar so was machen wir jetzt mit diese 20 äther diese 20 äther knollen wir zum beispiel auf die dcf plattform im moment ja lasst sich relativ gut farmen in anführungszeichen denn im endeffekt kennen jetzt kennen sie also die jungs von dcf können im moment nicht auf curve rewards wechseln da müssen sie zuerst einmal die struktur ein bisschen verändern weil curve sich ein bisschen gegen stellt beziehungsweise die community das heißt es könnte wahrscheinlich nur zeit so bleiben dass wir recht gute renditen über die nächsten monate auf alle fälle farmen können und deswegen machen wir das auch so das heißt wir nehmen diese 20 äther die was wir hier bei unserem hauptwahl rausgenommen haben und knollen diese in einen vault rein wieder nehmen uns wieder schulden auf und haben wieder einen liquidationspreis wenn man jetzt ungefähr ähnlich sein wie hier dann passt es wird hier volle fälle da sind schweizer franken angegeben ist klein wenig weniger nehmen das heißt wir nehmen zum beispiel auf diese 20 äther jetzt 15.000 dollar schulden auf und gehen über die dcf plattform ebenfalls in diesen in den curve pool von dcf roundabout 30 prozent im moment das heißt wir haben einen soliden hebel wir haben gehebeltes kapital und dieses gehebelte kapital nutzen wir jetzt hat um es wieder woanders einzumlocken und wieder schulden aufzunehmen um mit diesen schulden geld zu verdienen okay er hat sich jetzt ein bisschen kompliziert und wahrscheinlich für die meisten die was jetzt nicht recht tief in dcf drinnen sein im prinzip nutzt man auf unterschiedlichen ebenen diese kollateral und lohnstruktur das heißt sicherheiten und schulden und genau und schaut halt dass man das kapital so effektiv wie möglich nutzt und das risiko überschaubar haltet okay das ist jetzt nichts sowas ist zum beispiel nichts für leute die was zeit haben okay zeit haben um den markt zu beobachten zeit haben um ja mit die protokolle zu interagieren da muss man wirklich auf zack sein um das dann zu machen so wie schaut das ganze in der praxis aus das ganze schaut genau so aus das heißt wir haben die dcf plattform wir haben hier unsere vaults ähnlich wie bei liquidy wir zahlen eine einmalige gebühr wenn wir was ausleihen von 0,5 prozent diese müssen wir natürlich schnellstmöglich wieder rein wirtschaften um eben sozusagen jederzeit die position auflösen zu umkennen um unseren haupt volt zu retten okay so wie ihr sehen könnt hier habe ich 157 157 äther sind 150 äther aus meinem aus meiner anderen position was ich hier eingezahlt habe hat mir circa 110.000 dollar also franken in schulden genommen sind ungefähr 130.000 dollar roundabout der health factor ist immer noch recht gut die sind die überversicherungsgrenze bei eter bei dcf ist sehr sehr hoch muss ich zugeben hier zum beispiel 237 der durchschnitt aller positionen was krass ist meine position ist jetzt bei 203 liquidationspreis 775 ist jetzt nicht mehr super konservativ aber was ähnliches wie der haupt volt wie er vorher war genau das heißt ratio schaut gut aus und das passt so und wo haben wir dann die dollar eingezahlt haben wir hier eingezahlt da sind jetzt auch ein bisschen mehr drinnen da zum beispiel die mein elite visa für thailand bezahlen muss das ganze zahle in usdc das wird allerdings noch ein monat dauern und währenddessen sind diese 17.000 usdc ebenfalls hier in diesem ja im curve drinnen unter wirtschaft der rendite das heißt hier kann man auf alle fälle nur mal sagen wir mal diese 17.000 können wir sicher so drei bis vier hundert dollar einbringen ja einfach nur weil sie nicht im wallet liegen sondern einfach als liquidität zur verfügung gestellt worden sind so was verdienen als dort im moment circa 104 franken pro tag circa 3000 franken pro monat das kann so durchlaufen wenn die preise roundabout so bleiben aber wenn sie ein bisschen abstürzen und wieder nach oben gehen und so weiter eher langweiliges preismovement ist genau das richtige was wir hier auf alle fälle sehen wollen das heißt entweder seitwärts oder nach oben und solange das so weitergeht können wir im endeffekt hier ja geschmeidige renditen abgreifen und können natürlich auch uns entscheiden falls preise in die richtige richtung gehen hier natürlich ein bisschen mehr schulden aufzunehmen um natürlich noch mehr zu verwenden hier muss man natürlich dann auch aufpassen irgendwann wird das ganze auch abnehmend sein im späteren verlauf verlauf des jahres denke mal es gibt andere möglichkeiten was dann hoch poppen werden es gibt einige protokolle was im moment im auge behalte über die welt dann in den nächsten videos bisschen reden ich habe auch über den curve usd ein bisschen geredet und er ist dabei kann von ab was jetzt ja auch sehr interessant ist speziell für hebelpositionen auf ab selber was bitcoin zum beispiel angeht aber auch multikollateralvolts irrsinnig interessant werden wir auf alle fälle darüber reden wenn es ja spruchreif ist sagen wir mal so gut an dieser stelle das war's mit diesem video ich hoffe ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ihr habt ein paar gedankenanstöße gekriegt was man noch so machen kann ja im defi space und ja wenn wenn euch irgendwelche fragen habt bitte gerne in die kommentare und wenn euch solche videos gefallen gebt mir gerne ein like auf das video und vergesst über den channel zu abonnieren wir sehen uns beim nächsten video wieder